Hallo und herzlich willkommen zu Destiny 2 Beta für den PC. Jetzt wird ein Aufnehmen, ist ein bisschen komisch, das merkt ihr aber wahrscheinlich nicht. Ich muss nämlich, habe ich nämlich auch heute gelesen, wegen irgendwelchen Sicherheits-Dingsbums, muss ich eine Bildschirmaufnahme machen. Also das heißt, ich habe keine Ahnung, wie lange das ich jetzt aufnehmen werde, außer ich mache mit, äh, hab ich fast vergessen. Wo ist Stoppa? Ich brauche Stoppa. Okay, gut. Sind das geschenkte Sekunden. Also, das sind zwei Beta für den PC. Blizzard Launch, also im Battle.net heisst es ja wieder, Blizzard Battle.net. Kameras ab gestern um 19 Uhr. Ich glaube eine Woche, aber ich bin mit keine Ahnung, ob ich es ich bin. Also, fangen wir mal an. Keine Ahnung, also ich werde jetzt, also eins habe ich auf dem... der Playstation gezockt. Und, ja, es hat schon Spass gemacht, aber es fehlte irgendwie sowas, das kleine etwas fehlte. Aber vielleicht wird das hier besser, keine Ahnung. Sie versprechen es einem ja. Und, ja, man kann zwischen 3 Quadraten, also jetzt in der Beta kann man keine Stelle nur aussuchen. Also, ich habe mit dem Jäger gespielt. Und, letztes Mal, Titanist, ja, Tank halt, Eventstealer, Warlockist. Kann der heilen? Keine Ahnung, aber ich nehme den Jäger natürlich. Also, jetzt das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles tun soll. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich die Vollversion soll. Let's playen. Je nach Feedback hier. Schauen wir mal. Wie denn die Beta so wird. Bin ruhig. Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zawala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Coms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es. Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Okay. Dia warbär. 필요 стоит, Tind niesam horiek. Sie haben einen Kno system aus. Shall restaurants oder aufzunehmen? Will es aber keine Satelliten? Sie gehen! Verzog und kommenzufaufen können. Ich schaffe, meine Sonne. Das ist wirklich nichtās. Verteidigungssysteme Kling! Tapi ich schaffe, meine Sonne. Das war ja mal spannend. Ja, was ist das? Sieht so aus, geht los. Eben, ich habe das 1 auf der Plastik gezockt. Was ist mit der Steuerung her? Ich hoffe, es ist intuitiv. Ja. Muss ich die Grafik noch einstellen? Sieht irgendwie komisch aus. Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht CityHawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Oh, so kommt der Titel rein, irgendwie. Vergesst es, flieg schneller. Jetzt? Was geschieht nur? Ah! In Punkt 1 habe ich die Stories überhaupt nicht mehr im Kopf, also... Ah, cool! Puh! Eine Mission! Unser Heim! Alles ist zerstört! Der Turm! Die Stadt! Was ist Multiple? Ja! Oh, so geht's! Wie habe ich kein Video durch das Thema. Ah! 원이 kıtu aber? Die eine untertitel sollte fast aktivieren können, aber sie sagen können kann. Da hab ich ein bisschen Aufgabe. criminalsано einen anderen, die eine bannedseite hat. Doppelsprung, okay, wow, fast hängen geblieben, binden, normal, leuchtet aber, habe ich einen Nahkampfschlag, das ist was anderes, okay, ich hoffe mal, sie bringen es mir bei, sonst, oh mein Gott, kann ich, gut, ich kann, nice, Steuerung, na, das gefällt mir, ah, das ist, stirb, du kannst nicht sterben, was habe ich da für ein Magazin, ey, oh mein Gott, hier, Commander Zavala, Zivilisten, begibt euch zu den Evakuierungspunkten, Büter, zur Piazza, unsere Stadt wird nicht fallen, äh, auch, chat, aus, rechen drücken, so, gut, jetzt, sonst hätte ich die ganze Zeit das Spiel gelabert und das wäre nicht so gut, nice, wenn ich da durchschießen, natürlich nicht, alter, der stimmt aber geil, möchte ich aber noch was einstellen, das kann man alles, das hat man vorher nicht einstellen können, das ist ein bisschen doof, Steuerung, Tastbelegung, äh, Nahkampf ist natürlich den hier, ähm, na gut, zack, gut, wie bei Overwatch, dann habe ich die Steuerung drin, kann ich eigentlich nichts, gibt es hier kein Loot, was los ist hier, okay, oh mein Gott, Zavala spielt den Helden auf der Piazza, ich, ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür, wird ein kurzes Date, LOL, der Typ gefällt mir, will ich Loot haben, gib mir Loot, ah, cool, okay, du Freund oder Feind, oh mein Gott, ist ein Yellow, was muss ich da hin, oh, da drüben, okay, wer labert, da laberst du, ah, nice, E aufheben, Sonnenschuss, warum ist das nicht C, da muss ich da noch ein bisschen, Sonnenschuss, klingt toll, besserer Teufel, was, Tief, Adoptiv, Leichtgewicht, Powerwaffe, das ging ja auch, das Feuer, ich muss halt wieder ein bisschen da reinkommen, E, das ist auch doof, das, F sind immer solche, ach, ne, ich mags jetzt nicht jetzt, ich mags zwischen den nächsten Parts, die Steuerung, muss ich halt ein bisschen klarkommen damit, halt, kann ich eigentlich so Sniper, oder, alter Verwalt, brauche ich grad nicht, das ist auch das falsche, das sollte ich, Juhu, Loot die Loot, 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 so, bereit, für den nächsten Gegner, Okay, okay, ich weiß hier was, Aha, das Slide macht voll Spaß, Äh, und jetzt, und jetzt, hier hoch, immer hier, ne, kommt da noch was, vor am Hang, was passiert da, Hi Bro, stirbt, äh, äh, sicherlich, ne, Hi, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, wo ist sie denn, ja, wo ist sie denn, da hin, hopp, bam, tadaa, was ist ein Fick, stirbt, stirbt, oh mein Gott, das hab ich ja fast nicht gesehen, stirbt, ah ich muss drauf bleiben, das muss ich mir merken, das ist, ein bisschen umgewöhnt, Loot, 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 Da ist noch einer? Ah, der ist auch tot. Also, bis jetzt. Macht voll Spass, ne? Ich hab meinen Spass. Und hier kam ich, ne? Ja. Zack Zack Doppelsprung! Kann ich Reifersprung? Ne, schade. Ich hoffe einfach mit den Einstellungen und so stimmt das alles, ey. Ich hab nämlich keine Ahnung, ob ihr mich hört oder so. Wow! Perse, ich habe übrigens noch nicht viel von der Beta gesehen. Noch gar nichts, eigentlich. Äh... Zwei, drei, drei. Ja, lad mal nach. Bam! 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 Bin ich jetzt wirklich da runtergefallen? Wow! Wow! Ich bin einfach runtergefallen, wirklich! Ah... Wow! Hab ich schon wenigstens getötet? Alles tot! Nachladen! Ich hab keinen Schuss mehr. Möchte diese Waffe bitte... Ja, wie gut! Das Spielgefühl gefällt mir. Oh mein Gott! Irgendwie kann man ja noch Fähigkeiten und so benutzen. Das war eine Granate. Dann... R vielleicht. C... C... Nee... Ups... Aha! Das ist der... ...ultimative... Das war jetzt F, glaub ich. Bin fast tot! Oh mein Gott! Sie greifen nicht nur die Stadt an. Schau dir den Reisenden an! What? Oh mein Gott, das war laut. Ich hoffe, es war euch nicht so laut wie für mich. Okay, schauen wir mal den Reisenden an. Schuuu! Oder so. Kannst du mal zeigen, wen? Geh! Zeit! Bah! 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 Halb! Äh, hallo? Muss ich da hin? Ah, da oben hin! Nitz! Doppelsprung! Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Nur Gerüchte. Sie sind eine Eliteeinheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm... Sind wir jetzt am Tonpjotz? Ach nee, das ist... Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Ah, das sind andere Leute. Ja, das ist der Klasse vom ersten Teil. Was ist passiert hier? Oh mein Gott. Muss ich da hin? Ich hab keine Ahnung. Wir kriegen! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war denn das? Huch! Alter, der AKP-Angriff macht ja voll Damage. Das macht so Spass, wirklich Hi Bro Wir halten die Stellung Dein Schild? Okay, cool Oh mein Gott Oh mein Gott Was macht Der Nahkampfangriff Äh, was war das? Das, genau Stirbt alle Alter, verwalt das Nicht gut Bin ich fast tot oder so? Keine Ahnung Auch Muni Oh mein Gott Es war ein bisschen zu viel auf einmal, habe ich das Gefühl Aber das mit dem Rumspringen macht voll Spaß So auf den Gegner zu springen und einfach alles töten Habe ich da nicht genug Grenate oder sowas? Ich gebe euch das Ich muss die Steuerung ein bisschen Ja, bis das Vollversion kommt, 2 ist es bestimmt Ah, ich habe 3 Schuss wieder Oh mein Gott Ich habe wieder alle da tot rumliegen Jetzt habe ich wieder keinen Schuss mehr Was? Schild? Oh mein Gott Ich sehe nichts mehr Hier zu fest Wackelt Okay, ich zeige es Ihnen Wuhu Warte, einfach drauf Und Bam Alter, das macht so Spaß Stirbt alle Sind sie alle tot oder so? Cool Stirb Mischel Munition wieder aufstammeln Das letzte Shuttle ist weg Wuhu Aber der Sprecher Hat es nicht geschafft Ich werde nach ihm suchen Ich übernehme die Piazza Geh mit die Korra Binde den Sprechen Wird gemacht Commander Alter, aufregend Ich muss jetzt da die Rüeva Hab verstanden Ah, ich freue mich jetzt so richtig auf die Vollversion Ich weiß, für die Konsolen kommt es früher Kommt es glaube ich nächste Woche oder so Keine Ahnung Hi Roboter Warum putzt du noch? Alter, er sinkt Geh auf Ah, je Ok Ok, ich bin bereit Alter Bin gehypt So, muss es doch ne Beta sein Sprecher finden Wir müssen zum Kommandoschiff Begib dich zum Noto Amanda Holiday wird dich abholen Frau Holiday Ok Wie ging das? Ich weiß nicht mehr Ah, das war der Tödliche Tödliche Reichweite Bam Ich weiß, keine Ahnung wo meine Leben sind Ist das da oben? Meine Leben? Tschschsch Müsste ich eigentlich auch mal drauf schauen Bam Juhu Wieder Spezial, Muni Oh Gott Ja Proben sind meine Leben Gut Wieder was gelernt Ups Da ist die Mauer Aufregend Nicht wahr? Ich habe keine Ahnung wie lange die Beta dauert Weil 20 Minuten sind durch Demander ist gleich da Sie müssen doch den Kommandoschiff absetzen Hat er mich gesehen? Ok Sterbt alle So Aufregend Bam Ähm Kommt noch jemand? Gut, dann denke ich Dann war es das für heute Wenn nichts mehr kommt Doch es kommt Oh mein Gott Äh Oh mein Gott Stirb 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 Das war einfach Na gut Dann geht es weiter Denke ich Wenn es weiter geht Okay Na gut Huch Laut und aufregend Ich hoffe für euch ist es nicht zu laut Ich gebe mein Bestes Zavala Hab den Hüter dabei Von dem du immer redest Ihr müsst zum Hauptschiff Jetzt Halt dich gut fest Komm schon Bitte Und dein Himbass Und dein Himbass Okay, mit diesem Ausblick denke ich mal, wow, sehen wir uns im nächsten Part wieder, bis dahin, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.